Es geht um Cartoon-Filme mit Tano, Susi und Juna. Heute geht es um KimCat. Los geht's! Es gibt ein paar KimCat-Futter. Das ist diese Tablette-Katzen von KimCat. Das auch. Wir haben dazu zwei gleiche Tabletten. KimCat für Katzen. Das sind auch Tabletten. Es gibt auch unsere Katzenfutter-Tablettenfarben. Das ist so ein Futter. Ja, das ist so ein Creme. Ja, diese KimCat-Creme-Futter. Und noch diese nächste Katze von KimCat. Mit diesem Grasfutter, also Pflanzen, diesen grünen, seht ihr das, so wie Erbsen und so. Das klingt nicht so komisch aus. Ja, das gehört nicht zum KimCat. Also, das ist, das sind auch Tabletten, aber mit Tassen, sowas mit Käse und Geschmack, steht hier drauf, für lecker Katzen. Was wäre, wenn euer Katzen auch das mögen? Spezial KimCat-Katzenfutter. 100% Katzensatt. Absolut gratis. Nicht nur ein, sondern auch mehrere Futter. Wenn euer Katzen Hunger hat, dann bestellt doch einfach KimCat, wenn ihr möchtet. www.auf-kimcat.com Bis bald!